Wenn ich entweder ein Mischpult neu lernen oder für eine neue Show vorbereiten möchte, dann will ich auf keinen Fall Altlasten von den anderen Shows, von den vorherigen Bedienern des Pultes und so weiter mitnehmen. Und deshalb ist es total sinnvoll, für mich auf jeden Fall, wenn ich mir erstmal eine leere Szene anlege, auf der nichts ist, wo keine vorherigen Einstellungen sind, keine Routings, keine EQ-Einstellungen, keine Gates, nichts in dieser Richtung, sodass ich von Grund auf eine neue Show auch neu vorbereiten kann. Auf dem X32 gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Pult zurückzusetzen, beziehungsweise verschiedene Teile des Pults zurückzusetzen, bis dahin, dass eine komplette Werkseinstellung gemacht wird, wo das komplette Pult mit allem, was jemals drauf war, einfach platt ist. Das wollen wir dann vielleicht nicht, sondern nur eine einzelne Szene, aber die wirklich von Grund auf neu aufbauen. Von daher lernst du in diesem Video, wie das funktioniert. Und das können wir relativ einfach machen, indem wir auf dem Mischpult auf Setup gehen und dann hier unter Global, wenn du da nicht bist, musst du vielleicht mit dem Page Select einmal auf Global gehen, hier den Reset Console drücken. Console setzt das Mischpult in der Szene, in der wir uns befinden, zurück, so wie es ist, wenn man es das allererste Mal startet. Und das mache ich jetzt hier mal mit dieser Szene, in der Mute-Gruppen angelegt sind und Fader geschoben und EQs an und so weiter und so fort. Ich will die jetzt einmal zurücksetzen und er fragt auch, möchtest du das wirklich, willst du wirklich alle Settings, die sich in dieser Szene befinden, zurücksetzen? Und ja, in diesem Fall möchte ich das gerne tun. Und jetzt sehen wir, es ist alles ganz am Anfang. Wir haben im Routing, alle Inputs sind auf lokal. Wir haben keinerlei Gruppen angelegt. Wir haben keine EQs an. Es ist nichts beschriftet. Es sind alle Farben auf Standard. Wenn du mehr Videos wie dieses auf diesem Kanal sehen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall und lass mich in den Kommentaren wissen, welche Informationen du über das X32 gerne lernen möchtest. Denn das hier ist erst die erste Folge von einer Serie an Videos, die ich über die nächste Zeit veröffentlichen werde, Grund um das X32, wo ich ganz viele grundlegende, aber auch tiefer gehende Details vom X32 zeigen werde. Jetzt kann man anfangen, das Mischput von Grund auf kennenzulernen oder von Grund auf so einzustellen, dass es auch wirklich für die Hardware und die Input-Output-Voraussetzungen deiner nächsten Show tatsächlich funktionieren. Und darauf aufbauend kann es gut sein, dass es in der Zukunft mal einen Videokurs gibt. Ich denke gerade darüber nach, welchen Inhalt es haben könnte, welche tiefer gehenden Probleme damit gelöst werden könnten. Wenn du Wünsche, Anregungen dazu hast, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, was könnte interessant sein für einen Videokurs für das X32. Denn das Ganze müsste dann tatsächlich ein Problem lösen, sodass möglichst viele davon profitieren können. Was ist es? Ich weiß es noch nicht, aber ich bin gespannt, was ihr mir vorschlagt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis im nächsten Video.